hallo zusammen und es geht weiter mit fortnite viel spaß beim musik wünsche ich euch so es gibt neue rift tour aufträge nachdem die rift tour jetzt zu ende ist und zwar müssen wir hier den matches mit freunden spielen das dürfte kein problem sein es müssen aber echte freunde sein random teams oder duo trio zählt nicht obwohl die vielleicht nie überlebt ja da hast du doch nicht überlebt tuch match verlassen sehr gut dann haben wir es jetzt geschafft oder ich hoffe ja ja ich habe ganz viel so für die zehn matches mit den freunden gab es jetzt 30.000 ep danke fürs zusehen tschüss bis zur nächsten folge macht's gut